Thomas, ich habe einen Plannerplan, den ich nicht mehr brauche und den würde ich gerne löschen. Ich finde allerdings nirgendwo die Möglichkeit, wo ich den löschen kann. Ja, Dominik, die Option zu löschen ist leider etwas versteckt. Ich zeige es dir mal, wo du sie findest. Dazu gehst du auf diese drei Punkte in der oberen Menüzeile, wählst anschließend die Planeinstellungen aus und wenn du nun unten auf der linken Seite des Fensters genau schaust, findest du den Mülleimer mit der Löschoption. Falls du diese Option nicht findest, bist du nicht Besitzer des Plans und kannst somit den Plan auch nicht löschen.